Musik Hallo ihr Lieben, Inchenzo und ich würden euch gerne unseren Film vorstellen, Die Reise deiner Seele. Der Sinn und Zweck dieses Filmes ist, Trainiere dich dahin, wieder in deine eigenen Türen zu gehen, dir zu vertrauen, deine eigene Schönheit zu entdecken, dass du der Schaffer bist und auch schon immer warst und das jetzt ganz bewusst an dich in dieser Zeit, in dieser wunderbaren Zeit auch leben kannst. Die Reise deiner Seele, unser gemeinsames Projekt. Und Info bekommt ihr natürlich auf unseren O-Pages. Wir freuen uns auf euch. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Namaste. Wir wünschen euch, wir wünschen euch, wir wünschen euch.